So ihr Lieben, heute ist quasi Weihnachten und deswegen bin ich nur kurz im Büro, mache euch schnell ein kleines Videochen, das ich mit dem Domi damals aufgenommen habe, wo der mich hier besucht war, kurz vor meiner Eröffnung. Ja, das Video ist ganz lustig und frohe Weihnachten, haut's rein, auf Wiederhören. Und weil ich gerade da bin, hört ihr, es regnet volle Kanne, ich habe wieder zwei neue Becher, das ist falsch, aber ich habe hier einen Highfinish-Becher mir geholt, den finde ich eigentlich ganz cool und bin Dritter geworden bei dem Turnier. Ich bin jetzt dann die zwei Feiertage nicht da und danach bin ich wieder volle Kanne offen und schaut euch auch auf Facebook mal die JDC-Info an, die ich gepostet habe. Für alle Leute, die zwischen 10 und 17 Jahre alt sind und vielleicht Weltrangliste spielen wollen, ist das was. Der Domi, der will gerne diese Darts kaufen, aber die möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Ich habe ihm gesagt, wenn er über 66 Punkte schmeißt mit 3 Darts. 66 hast du gesagt. 66 oder mehr. Okay, 66 oder mehr, habe ich zwar nicht gesagt, aber 66 oder mehr akzeptiere ich. 66, dann verkaufe ich es ihm. Und nein, sowas mache ich nicht standardmäßig, also macht euch keine Hoffnungen. Egal, wird spannend. Das ist das Original-Setup. Katana. Ihr wisst ja, die Katana. Na komm rein. Auf dem Domi-Automat, oder? Oder wie soll der heißen? Lord of the Ost-Packle. Lord of the Ost-Packle. Das hast du ja mal geprägt. Den Namen finde ich sehr gut. Den hast du ja mal geprägt. Ja, okay, dann ist der perfekt. Der Domi, der, ich habe nämlich gesagt, weil der unterstützt mich ja so wahnsinnig. Und da habe ich gesagt, wir nennen einen Automat nach dir. So, und er hat gesagt, er nimmt den Philodart. Und der heißt ab jetzt nicht mehr Philodart, sondern Lord of the Ost-Packle. Und er wird natürlich auch ein Schild. Kürzer geht es nimmer. Ne, das passt schon. Lord of the Ost-Packle. Ich muss nur kurz schauen, wo wir das Schild am besten hinmachen dann. Aber wenn es so oben drüber geht zum Beispiel oder hier unten an die Klappe. Machen wir. So, jetzt kommen die Darts. Jetzt bin ich gespannt. Und ja, der Deal steht, du kannst es tatsächlich kaufen. Ich fasse es nicht. Da freut er sich. Da freut er sich. Wahnsinn. So, das Video haben wir genau einmal gefilmt übrigens. Für alle, die hier dran zweifeln. Ich habe die ja orginal ausgepackt. Noch nie in der Hand gehabt. Die hat er noch nie in der Hand gehabt, ja. Okay, also starke Darts. Muss ich schon sagen. Hast du dir verdient. Dankeschön. Und jetzt gehen wir wieder an die Arbeit. Jetzt kommt gleich noch ein Automat. Und wir haben hier noch einiges zu tun. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir hier so machen sind. Hier ist noch nichts. Hier ist schon ein bisschen was. Ja, in drei Tagen ist Eröffnung. Hier kommt jetzt noch was hin. Sag ich auch noch nicht, was es ist. Aber das seht ihr dann schon. Und damit zurück zu dir, Uschi. Zurück ins Studio. Unfassbar. Dad. fucking